Die Aufrichtung zum Sitzen beginnt mit dem Gewichtstransfer auf eine Körperseite. Das ermöglicht es der Liegenden, sich mit dem Arm aktiv oder passiv abzustützen. Im Verlauf der Bewegung wird das Körpergewicht vom Kopf zum Brustkorb bis zum Becken verschoben. Beim Zurücklegen verläuft der Gewichtstransfer in umgekehrter Reihenfolge. Nun sehen Sie diesen Transfer noch einmal in seinen Einzelschritten. Der Kopf wird auf die flache Hand gerollt. Wichtig ist es, die Bewegung nicht mit seitwärts gedrehtem Kopf zu beginnen. Wenn der Kopf nicht mehr aufliegt, kann die zweite Hand von oben tief unter den Brustkorb geschoben werden. Ist der Kopfkontakt nicht mehr nötig, wandert die Hand zum Brustkorb und unterstützt dort. Die Hand am Brustkorb bleibt in Kontakt und unterstützt das Gleichgewicht. Beim Zurücklegen sinken Brustkorb und Kopf nacheinander in die Rückenlage zurück. D seasoned Gates auf die Brustkorb bringt die glaubwioneerung. Ich, denk nicht nur, ich denke, die academia was alles über zu puessten. Ich höre ein wenigiger Euch. Ich höre die Band, weil ich aber mit der Umgebung nicht mit Geheimnisse horchirmbalanced da nur. Also Luther wünscht euch, όplace 뭐 bei einem den Bibel sammellsten. Wie morgen você 1970. Untertitelung des ZDF, 2020